Hallo liebe Leute, hier Gustavo Moreno Morales mit einem neuen Beitrag. Heute haben wir etwas Besonderes für euch. Das verraten wir gleich, wenn ich mich hier mit Egbert unterhalte. Hallo Egbert. Ja, hallo Gustavo, schön, dass du da bist. Danke auch für die Einladung. Also wir haben heute hier, was werden wir heute erleben? Lachyoga. Lachyoga. Wo kommt Lachyoga her? Lachyoga kommt aus Indien. Vor gut 25 Jahren hat das ein indischer Arzt, Dr. Madan Kataria, entwickelt. Und mittlerweile gibt es das in über 100 Ländern. Als ich das nächste Mal von Lachyoga gehört habe, war ich in einer Reha-Klinik. Ich hatte nicht die Stimmung, einfach so an einem Lachyoga-Kurs teilzunehmen. Glaubst du, dass das hilft auch Leuten, die in solchen Situationen sind? Auf jeden Fall. Ich arbeite in fünf Reha-Kliniken mit Menschen, die in Krisensituationen sind, denen es nicht gut geht und denen eigentlich das Lachen vergangen ist. Und die wahrscheinlich auch nicht über Witze besonders lachen würden. Aber mit Lachyoga können selbst die wieder lachen. Und es ist Gold wert, da Lachyoga einzusetzen. Aber, nicht dass man mich falsch versteht, Lachyoga ist nicht nur etwas für kranke Menschen, die das Lachen ein bisschen verlernt haben, sondern auch für Menschen, die gern und viel lachen. In Kolumbien lachen wir viel. Glaubst du, dass auch Lachyoga in solchen Ländern, wo wir immer die Sonne haben, brauchen? Auf jeden Fall. Man kann ja gar nicht genug lachen. Und die Leute, die dem Lachen so ein bisschen näher sind, die lachen vielleicht noch eher und viel leichter. Und ich kenne Kollegen, die sehr erfolgreich in Mexiko zum Beispiel arbeiten, in Venezuela, in anderen südamerikanischen, mittelamerikanischen Ländern. Und ja, auch da gibt es Lachyoga. Ich sage, die Leute sind immer so traurig oder so, gehen viel auf die Straße, weil die Katastrophe, die jetzt wieder erleben, so mit dem Klima. Wie kann Lachyoga da einen Beitrag leisten? Natürlich gibt es viele Dinge im Leben, die ernst sind, die nicht zum Lachen sind. Die gilt es halt auch zu beachten und etwas dafür zu tun. Aber trotz alledem ist es wichtig, eben zu lachen, auch wenn manche Dinge auf diesem Planeten nicht rund laufen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Dalai Lama. Der erzählt ganz ernst über wirklich sehr schwerwiegende Themen. Und was macht er dann anschließend? Dann lacht er drüber. Ich merke es schon, das ist ein Stecken. Ich bin gespannt auch nachher, wenn wir das miterleben. Dein Publikum, die Teilnehmer, erwartest du von denen bestimmte Einstellungen, um hierher zu kommen? Ja, auf jeden Fall Offenheit. Offenheit, etwas ein bisschen Verrücktes halt auch mal auszuprobieren, was man sonst im Alltag vielleicht nicht so macht. Weil wir machen hier auch sehr viele verspielte, man könnte vielleicht auch sagen, ein bisschen alberne Dinge. Und Menschen haben ein bisschen, manche mehr, manche weniger, Hemmungen, sich darauf einzulassen. Aber so ein bisschen Offenheit, das wäre ganz schön. Ansonsten braucht es nichts. Sag mal, muss man Lach-Yoga erst nehmen? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen das Lachen ernst nehmen. Wir dürfen das nicht dem Zufall überlassen. Den Zufall überlassen im Sinne von, ob ich vielleicht was Witziges höre oder mit jemandem Witzigen zusammen bin. Wir müssen das ernst nehmen und wieder mehr lachen. Weil Lachen hat so viele positive Auswirkungen auf die Gesundheit, auf das zwischenmenschliche Miteinander, auf das gesellschaftliche Miteinander. Und von daher sollten wir viel, viel mehr lachen und das wirklich tatsächlich ernst nehmen. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin, als Sie das erste Mal, wie gesagt, davon gehört haben, war ich sehr skeptisch. Ich dachte, muss ich dahin schon an Lachen kommen oder was? Mit deiner Erfahrung, was kannst du sagen, wie würdest du dein Publikum charakterisieren? Was für ein Publikum ist das? Die meisten sind einfach auch neugierig. Neugierig, was das denn jetzt wieder ist, Lach-Yoga. Und vielleicht auch ein bisschen skeptisch am Anfang, weil sie denken, man kann doch nicht einfach so mehr oder weniger auf Knopfdruck lachen. Aber relativ schnell kann ich sie überzeugen, dass das doch geht. Und wenn man andere Menschen lachen hört, lachen sieht, dann muss man ja meistens auch noch zusätzlich spontan lachen. Und dann haben alle ganz viel Spaß und sagen dann meistens, so toll habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Als Letzte vielleicht hast du eine Botschaft an das Publikum, wer noch nicht das kennt zum Beispiel? Ja, man kann jeden Mittwoch in Göttingen Lach-Yoga ausprobieren, außer es ist ein Feiertag, dann fällt Lach-Yoga aus. Aber ansonsten jeden Mittwoch um 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Musa im Roten Raum auf Spendenbasis kann man vorbeikommen. Man muss sich gar nicht anmelden, einfach mal ausprobieren und miteinander lachen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön, Gustavo. Das Uff!